Entstehung und Verlauf des Burnout-Syndroms Der Begriff Burnout-Syndrom ist einem Roman-Titel des britischen Schriftstellers Graham Greene entnommen a Burnout-Case. Der Protagonist dieses Buches, ein außerordentlich erfolgreicher Architekt, flüchtet ohne Vorwarnung aus seinem bisherigen Leben in ein Dorf im afrikanischen Kongo, in dem er schließlich umkommt. Dieses plötzliche Aussteigen aus einem Leben, mit dem man nicht mehr zurechtkommt, ist dabei nicht das Burnout-Syndrom selbst, der abrupte Ausstieg ist vielmehr in Punkt eines langen Prozesses, der in Stufen voranschreitet. Auf jeder dieser Stufen sind dabei auch Stillstand und Umkehr möglich, wenngleich dies in fortgeschrittenem Stadium nicht mehr aus eigener Kraft möglich ist. Ein stufenweise fortschreitender Prozess Es beginnt alles immer ganz harmlos, besondere Aufgaben, besonders große Arbeitslast, eine Herausforderung, die es zu meistern gilt, erfordern besonderen Einsatz. Solche Situationen kennt jeder von uns aus eigener Erfahrung, eine Prüfung steht bevor, ein wichtiger Geschäftsabschluss, eine große berufliche oder private Veränderung. Und man sagt sich, jetzt kommt es darauf an, jetzt muss ich mich voll einsetzen und alles andere zurückstellen. Irgendwann ist die Prüfung dann bestanden oder der Auftrag erfolgreich zu Ende gebracht, und auch der Druck ist vorbei. Man verfügt wieder über mehr Zeit, hat freie Abende und Wochenenden, die man braucht, um seinen Akku aufzuladen. Die Haltung Augen zu und durch ist in solchen vorübergehenden Belastungssituationen eine sehr gesunde Reaktion. Wenn der Druck aber nach ein paar Tagen oder Wochen nicht nachlässt, wenn man sich, freiwillig oder unfreiwillig, in einem Hamsterrad befindet, das nicht anhält oder langsamer wird, wenn man sich auch nach Monaten noch sagt, dass es jetzt darauf ankommt und man kurzzeitig einfach reinbeißen muss, dann wird es gefährlich. Zuerst wird Ballast, scheinbar Unnötiges, abgeworfen, keine Zeit mehr für Freunde, für Sport, für Kulturelles, alles wird der Aufgabe, der Leistung untergeordnet. In dieser Phase des Untergehens in der Arbeit fühlen sich die Betroffenen subjektiv durchaus noch gut, manchmal sogar euphorisch, Abbildung 1a. Dauert dieser Zustand hingegen weiter an, gewinnt das Geschehen eine Eigendynamik, die Betroffenen beginnen, sich mit der Situation zu arrangieren und sich selbst etwas vorzumachen. Wenn früher noch gesagt wurde wie schade, dass ich keine Zeit für Familie, Urlaub, Sport oder Musik habe, heißt es nun ich brauche ohnehin keinen Urlaub oder gut, dass ich privat niemanden sehe, ich weiß sowieso nicht, was ich mit denen reden sollte. In dieser Phase des sich selbst belügens wird der Burnout-Zustand bedrohlich. Abbildung 1b. Vor allem der Rückzug von anderen Menschen, Mitarbeitern, Freunden, Kunden etc. Minus sorgt für zusätzliche ernsthafte Probleme durch fortscheitende Isolierung. Jetzt treten auch gesundheitliche Probleme auf, und die Leistungsfähigkeit bricht ein. Die Überforderung als eigentliche Ursache des Dilemmas kann nicht mehr eingestanden werden. Stattdessen werden Auswege gesucht, und es wird ein Fluchtverhalten an den Tag gelegt, das nur noch tiefer in die Sackgasse führt, Flucht in die körperliche Krankheit, ich bin einfach nur nicht richtig gesund, Flucht in Medikamente, Drogen oder Alkohol, aus der sich dann auch rasch eine Abhängigkeit entwickelt, Flucht in unredliche, oft auch kriminelle Handlungsweisen, verschwinden lassen von Akten, Fälschungen zur eigenen Entlastung, Flucht in Schuldzuweisungen, ich bin Opfer von Mobbing, der Kollege intrigiert gegen mich, der Chef kann mich nicht leiden. In dieser Phase des Burnout-Zustandes kann den Betroffenen nur noch durch professionelle Unterstützung durch Psychiaterinnen oder Psychologen geholfen werden. Aus diesem Sumpf vermag sich niemand mehr, wie Weiland Münchhausen, am eigenen Schopf herauszuziehen. Ohne qualifizierte Hilfe von außen folgt als dritte Burnout-Phase der Zusammenbruch, Abbildung 1c.